Auf einer Wiese im Garten steht ein großer Baum, ein Nussbaum, ein Walnussbaum. Alle Nüsse waren schon heruntergefallen, nur eine einzige dicke Nuss hing noch oben zwischen den Zweigen. Und was mit dieser Nuss ist, das erzählen wir euch jetzt. Eine dicke Nuss hing in einem Baum. Ach, was bin ich schön anzuschauen, denkt sie gerade munter, plumpst, da fällt sie runter. Kommt der Wind mit dicken Backen, der will unser Nüsschen knacken. Rollt es hin, rollt es her, doch dem Wind ist das zu schwer. Kommt ein großer Mann vorbei, knacks, das Nüsschen ist entzwei. Doch was ist das? Aus der Nuss guckt eine rote Zipfelmütze. Zwei Augen, eine Nase, ein Mund. Was ist denn das? Das Männlein Pfeffikus. Ein, zwei, drei, in einer Nuss wohnt das Männlein Pfeffikus. Sammelt Nüsse Tag für Tag, weil es Nüsse gerne mag. Knick, knack, 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 knack. Eins, zwei, drei, in einer Nuss lacht das Männlein Pfeffikus. Nüsse knacken braucht viel Kraft, nach drei Tagen ist's geschafft. Knick, knack, 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 knack. Eins, zwei, drei, in einer Nuss kocht das Männlein Pfeffikus. Einen Brei aus Mandelkern, den mag es besonders gern. Knick, knack, knick, knack, knick, knick, knick und knack, knick, knack, knick, knack, knick, knack. Eins, zwei, drei, in einer Nuss, schläft das Männlein-Pfiffi-Kuss, schnarch dabei in süßer Ruh, bist du leise, hörst's auch du. Schuh, 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 schuh. Schuh, schuh, schuh. Schuh, 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 schuh. Vielen Dank.